In jeder Sekunde atmest du ein, du musst nicht dran denken, es läuft von allein und du lebst, du lebst bis du stirbst. Zeit heilt die Wunden und Wasser wischt rein, dein Herz wird dich lenken und gut zu dir sein und du stehst, du stehst bis du fälschst. Du brauchst niemanden, der dir sagt, wie leicht man lebt, du brauchst niemanden, der dir sagt, worum es geht, du brauchst niemanden, der verliert und untergeht. Es gibt niemanden, der dein Leben für dich lebt, für dich lebt. Es gibt niemanden, der dir zeigt, wie leicht man lebt, es gibt niemanden, der dir sagt, worum es geht. Es gibt niemanden, der dein Leben für dich lebt, für dich lebt. Oh, 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 oh. Vielen Dank. Wirklich eine sehr interessante Musikauswahl, Herr Sido, ne, Marc? Ja, Gregor Meile, ne, alle Auftritte von Gregor Meile zusammengenommen, würde ich mal schätzen, dass du dich heute mehr bewegt hast als Gregor in seiner gesamten Karriere. Das kann ich unterschreiben. Also, kommen wir wieder zu Katja. Ja. Bist du dir lieb zu mir? Sowieso, sowieso. Ja, ich mag deine Stimme auch, deswegen bist du immer noch hier. Die ist speziell und man muss sie mögen, aber ich mag deine Stimme. Das kann ich dir sagen. Danke. Ich entscheide mich. Bekommt Katja ein Hotseat. Ja oder nein? Und wer ist denn da jetzt? Okay, Larissa und Lukas. Kannst du dir auch nochmal sagen, Larissa ist von Anfang an da oben. Stimmt. Lukas hat schon zwei Auftritte überstanden. Ihr seid alle drei gemacht für die Bühne. Ich möchte einfach aber auch keinen Lange auf die Folter spannen. Ich lasse die beiden da oben sitzen. Kein Hotseat. Trotzdem. Vielen, vielen Dank. Bye-bye. We gotta get away from here. Bye-bye.